Surah 37, es soffät, die sich Reihenden, offenbart zu Mekka, 182 Ayat, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, bei den sich Reihenden in Reihen und denen, die grob zurechtweisen, und denen, die Ermahnung verlesen, Wahrlich, euer Gott ist einzig, Herr der Himmel und der Erde und all dessen, was zwischen beiden ist, und der Herr aller Orte, der Aufgänge von Sonne, Mond und Sternen. Wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck ausgeschmückt, den Sternen, die einen Schutz vor jeden aufrührerischen Satan bilden. Sie können nichts bei den höheren Bewohnern erlauschen, und sie werden von allen Seiten beworfen, als Ausgestoßene, und für sie ist eine dauernde Strafe vorgesehen. Mit Ausnahme dessen, der etwas aufschnappt, doch ihn verfolgt ein durchbohrender Schweifstern. Frage sie darum, ob sie schwerer zu erschaffen sind, oder die, die wir erschaffen haben. Denn wir haben sie aus formbaren Lehm erschaffen. Nein, du staunst, und sie spotten. Und wenn sie ermahnt werden, so beachten sie es nicht. Und wenn sie ein Zeichen sehen, so verdrehen sie es zu Spott. Und sie sagen, das ist nichts als offenkundige Zauberei. Wie? Wenn wir tot sind und zu Staub und Gebeinen geworden sind, dann sollen wir wieder auferweckt werden? Oder etwa unsere Vorväter? Sprich, ja, und dabei werdet ihr gedemütigt. Es wird nur ein einziger Schrei sein, und siehe, schon schauen sie zu. Und sie werden sagen, oh, wehe uns, das ist der Tag des Gerichts. Das ist der Tag der Entscheidung, den ihr für gelogen hieltet. Versammelt jene, die frevelten, und ihre Gleichgesinnungspaare, und das, was sie verehrt haben, statt Allah, und führt sie zum Weg der Al-Jahim. Und haltet sie an, denn sie sollen befragt werden. Was ist euch, dass ihr einander nicht helft? Nein, heute ergeben sie sich, und sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Sie werden sagen, wahrlich, ihr pflegtet von rechts zu uns zu kommen. Jene werden antworten, nein, ihr wart keine Gläubigen, und wir hatten keine Macht über euch. Ihr aber wart ein gewalttätiges Volk. Nun hat sich das Wort unseres Herden gegen uns erfüllt. Wir werden gewiss die Strafe kosten müssen. Und wir verführten euch, weil wir selbst Irrende waren. An jenem Tage werden sie alle Teilhaber an der Strafe sein. So verfahren wir mit den Schuldigen. Denn als zu ihnen gesprochen wurde, es ist kein Gott außer Allah, da verhielten sie sich hochmütig und sagten, sollen wir unsere Götter wegen eines besessenen Dichters aufgeben? Nein, er hat die Wahrheit gebracht und die Gesandten bestätigt. Ihr werdet sicher die peinvolle Strafe kosten, und ihr werdet nur für das, was ihr selbst gewirkt habt, belohnt werden. Ausgenommen davon sind die erwählten Diener Allahs. Diese sollen eine zuvor bekannte Versorgung erhalten, Früchte, und sie sollen geehrt werden in den Gärten der Wonne, auf Ruhebetten einander gegenüber sitzend, während ein unerschöpflicher Becher unter ihnen die Runde macht. Er ist weiß und wohlschmeckend für die Trinkenden. Er wird kein Rausch erzeugen, noch werden sie davon müde werden. Und bei ihnen werden Keusche sein, die züchtig aus großen Augen blicken, als ob sie verborgene Perlen wären. Und einige von ihnen werden sich an die anderen wenden, um sich gegenseitig zu befragen. Einer ihrer Sprecher wird sagen, Ich hatte einen Gefährten, der zu Fragen pflegte, Hältst du tatsächlich die Auferstehung für wahr? Wenn wir tot sind, zu Staub und Gebeinen geworden sind, dann sollen uns unsere Taten wirklich vergolten werden? Er wird fragen, Wollt ihr ihn schauen? Dann wird er schauen, und ihn inmitten der Al-Jahim sehen. Er wird sagen, Bei Allah beinahe hättest du mich ins Verderben gestürzt. Und wäre nicht die Gnade meines Herrn gewesen, hätte ich sicher zu denen gehört, die zum Feuer gebracht werden. Ist es nicht so, dass wir nicht sterben werden, außer bei unserem ersten Tod, und wir sollen nicht bestraft werden? Wahrlich, das ist der gewaltige Gewinn. Für solches wie dies, denn mögen die Wirkenden wirken, ist dies als Bewirtung besser, oder der Baum des Sarkum? Denn wir haben ihn zu einer Versuchung für die Missetäter gemacht. Es ist ein Baum, der aus dem Grunde der Al-Jahim emporwächst. Seine Früchte scheinen wie Köpfe der Satane zu sein. Sie sollen davon essen und ihre Bäuche damit füllen. Darauf sollen sie eine Mischung von siedendem Wasser zum Trank erhalten. Danach sollen sie zu Al-Jahim zurückkehren. Sie fanden ihre Väter als Irrende vor, und so traten sie eilends in ihre Fußstapfen. Und die meisten der Vorfahren waren vor ihnen irre gegangen. Und wahrlich, wir hatten ihnen Warner gesandt. Also siehe nun, wie da der Ausgang derer war, die gewarnt worden waren, mit Ausnahme der erwählten Diener Allahs. Und wahrlich, Noah rief uns an, und wir sind es, die am besten erhören. Und wir erretteten ihn und die Seinen aus der großen Bedrängnis. Und wir machten seine Nachkommenschaft zu den einzig Überlebenden. Und wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern. Friede sei auf Noah in allen Welten. So belohnen wir jene, die Gutes wirken. Er gehört zu unseren gläubigen Dienern. Dann ließen wir die anderen ertrinken. Und wahrlich, von seiner Art war Abraham, als er zu seinem Herrn mit heilem Herzen kam und als er zu seinem Vater und zu seinem Volk sagte, »Was verehrt ihr da?« »Ist es eine Lüge, Götter außer Allah, was ihr begehrt? Was denkt ihr denn vom Herrn der Welten?« Dann warf er seinen Blick zu den Sternen und sagte, »Mir ist übel.« Da kehrten sie ihm den Rücken und gingen fort. Nun wandte er sich heimlich an ihre Götter und sagte, »Wollt ihr nicht essen?« »Was ist mit euch, dass ihr nicht redet?« Dann begann er sie plötzlich mit der Rechten zu schlagen. Da kamen sie zu ihm geeilt. Er sagte, »Verehrt ihr das, was ihr gemeißelt habt, obwohl Allah euch und das, was ihr gemacht habt, erschaffen hat?« Sie sagten, »Baut einen Bau für ihn und werft ihn in die Al-Jahim.« Sie wollten Ränke gegen ihn schmieden. Allein wir machten sie zu den Niedrigsten. Und er sagte, »Seht, ich gehe zu meinem Herrn, der mich recht leiten wird. Mein Herr, gewähre mir einen rechtschaffenden Sohn.« Dann gaben wir ihm die Vorbotschaft von einem sanftmütigen Sohn. Als er alt genug war, um mit ihm zu arbeiten, sagte er, »O mein Sohn, ich sehe im Traum, dass ich dich schlachte.« »Nun schau, was meinst du dazu?« Er sagte, »O mein Vater, tu, wie dir befohlen wird. Du sollst mich, so Allah will, unter den Geduldigen finden.« Als sie sich beide Allahs Willen ergaben hatten und er ihn mit der Stirn auf den Boden hingelegt hatte, da riefen wir ihm zu, »O Abraham, du hast bereits das Traumgesicht erfüllt. So belohnen wir die, die Gutes tun. Wahrlich, das ist offenkundig eine schwere Prüfung. Und wir lösten ihn durch ein großes Schlachttier aus, und wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern. Friede sei auf Abraham, so belohnen wir die, die Gutes tun.« Und er gehörte zu unseren gläubigen Dienern. Und wir gaben ihm die Frohbotschaft von Isaak, einem Propheten, der zu den Rechtschaffenden gehörte. Und wir segneten ihn und Isaak. Und unter ihren Nachkommen sind manche, die Gutes tun, und andere, die offenkundig gegen sich selbst freveln. Und wahrlich, wir hatten uns auch gegen Moses und Aaron gnädig erwiesen. Und wir erretteten sie beide und ihr Volk aus der großen Bedrängnis. Und wir halfen ihnen, so waren sie es, die siegten. Und wir gaben ihnen die deutliche Schrift, und wir führten sie auf den geraden Weg, und wir bewahrten ihren Namen unter den künftigen Geschlechtern. Friede sei auf Moses und Aaron. So belohnen wir die, die Gutes tun. Sie gehörten beide zu unseren gläubigen Dienern. Und wahrlich, Elias war auch einer der Gesandten. Da sagte er zu seinem Volk, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Wollt ihr Baal, euren Götzen anrufen und den besten Schöpfer verlassen? Allah, euren Herrn und den Herrn eurer Vorväter? Jedoch sie hielten ihn für einen Lügner, und sie werden bestimmt zum Gericht gebracht werden, ausgenommen die erwählten Diener Allas. Und wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern. Friede sei auf Eliasin. So belohnen wir die, die Gutes tun. Er gehörte zu unseren gläubigen Dienern. Und wahrlich, auch Lot war einer der Gesandten. Da erretteten wir ihn und alle die Seinen, ausgenommen eine alte Frau, die mit den anderen zurückblieb. Hierauf zerstörten wir die anderen. Und wahrlich, ihr geht an ihnen am Morgen vorüber und auch am Abend. Wollt ihr es da nicht begreifen? Und sicher war Jonas einer der Gesandten. Da floh er zum beladenen Schiff und loste und verlor dabei. Und der große Fisch verschlang ihn, während er, Jonas, sich selbst tadelte. Wenn er nicht zu jenen gehört hätte, die Allah preisen, wäre er gewiss in dessen Bauch bis zum Tage der Auferstehung geblieben. Dann warfen wir ihn ins Freie und er war krank. Und wir ließen eine Kürbispflanze über ihm wachsen. Und wir entsandten ihn zu hunderttausend oder mehr Menschen. Und sie wurden gläubig. So gewährten wir ihnen für eine Zeit lang Versorgung. Nun frage sie, ob dein Herr Töchter hat, während sie Söhne haben. Oder haben wir etwa die Engel weiblich erschaffen, während sie zugegen waren? Es ist bloß ihre eigene Lüge, wenn sie sagen, Allah hat gezeugt und sie sind wahrlich Lügner. Hat er Töchter, den Söhnen vorgezogen? Was verwirrt euch? Wie urteilt ihr nur? Wollt ihr euch denn nicht besinnen? Oder habt ihr einen klaren Beweis? So dann bringt euer Buch herbei, wenn ihr wahrhaftig seid. Und sie unterstellten ihm eine Blutsverwandtschaft mit den Dschinn, während die Dschinn doch recht wohl wissen, dass sie vor ihm zum Gericht gebracht werden sollen. Gepriesen sei Allah hoch über all das, was sie beschreiben. Ausgenommen davon sind die erwählten Diener Allahs. Wahrlich, ihr und das, was ihr verehrt, ihr vermöget nicht, einen gegen ihn zu verführen, mit Ausnahme dessen, der in der Al-Jahim brennen wird. Und da ist keiner unter uns Engeln, der nicht seinen ihm zugewiesenen Platz hätte. Und wahrlich, wir sind die sich Reihenden. Und wahrlich, wir sind es, die Allah preisen. Und sie pflegten doch zu sagen, hätten wir nur eine Mahnung von Seiten der früheren erhalten, so wären wir sicher Allahs erwählte Diener gewesen. Dennoch glauben sie nicht an ihn, den Koran. Allein sie werden es bald erfahren. Wahrlich, unser Wort ist schon an unsere gesandten Diener ergangen. Sie sind wahrlich die, denen geholfen wird. Und unsere Herrscher wird sicher siegreich sein. Darum wende dich von ihnen für eine Zeit lang ab und beobachte sie, denn sie werden bald sehen. Ist es etwa unsere Strafe, die sie beschleunigen möchten? Doch wenn sie über ihr Gebiet herabkommt, dann wird der Morgen für die Gewernten übel sein. So wende dich von ihnen für eine Zeit lang ab und beobachte sie, denn sie werden bald sehen. Gepriesen sei dein Herr, der Herr der Erhabenheit, hoch über dem, was sie beschreiben. Und Friede sei auf den Gesandten, und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Das Jaw Caro. das liegt bei jemandem, dem Herrn der Welten. dass ich hier in die Whooge 豆 in die gleiche kleine was sie also verstecken. Hast du dichмосierd,